Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play, äh, Huch? Let's Play Huch, nein. Wir spielen, äh, äh, Super Metroid Super Zero Mission. Und wir müssen hier noch eine Sache machen. Lalalala, warum bin ich denn jetzt hier durch? Äh, wie komme ich denn hier oben lang? Ich ahne es. Okay. Bam, bam, na, na, na. Ja, schön. Ja, hallo. Mach mal auf das Auge. Augenarzt. Sehr schön. Ba, 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 auch? Freunde, ich glaube, wir haben heute Spaß. Ich glaube, wir haben heute richtig viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, was hier ablaufen wird. Ich glaube, wir haben auch viel zu wenig Energietanks. Äh, geht sofort an Action rüber? Äh, 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 äh. Okay. Mal einen Test. Ach Gott. Ach. Wollte ich das jetzt frei gemacht? Wollte ich gar nicht. Oh, warte. Aha. Wo ist denn, wo ist denn der Gegner? Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich hätte unten nicht aufschießen sollen, ich Idiot. Ähm. Äh, ist jetzt. Malalala. Wir haben Geduld. Wir haben viel Geduld mitgebracht. Schieß! Ach. Okay. Lalalalalalala. Natürlich. Wer hat mehr aus der Hoher? Du oder ich? Oh. Okay, du. Äh. Ja. Ja. Mensch, der hat aber einen Stachel. Was? Wie? Nee. Shit. Ja, das ist jetzt gemein. Ja, lass mal los. Ja, das hat mir anders vorgestellt. Alter, hat der mich gerade abgesaugt. Okay. Ich will das nicht nochmal wiederholen. Das hat weh getan. Ich glaube, ich werde hier ganz jämmerlich drauf gehen. Komm, nimm mich doch. Jetzt und hier. Hallo? Wo ist er jetzt hin? Schieß. Ich würde gerne nochmal bis, bis da oben würde ich nochmal hin. Ich drück doch. Ich will eigentlich mein, ich will mein Dings ausrüsten. Jetzt geht das wieder zu. Ach, Mann. Das war ja gemein. Wie gemein war das denn? Ich war doch dran. Hallo? Hallo? Gott. Ähm. Ah. Ah. Okay. Ah. Ja. Ähm. 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 Ich glaube, wir laden wir nochmal. Hm? Hm. War was? Nee, ne? Ich muss das leider nochmal machen. Bum, 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 bum. Du kommst auch noch dran. Toll. Bum, bum, bum. Kann ich mich nicht eigentlich hier oben reinstellen? Wenn ich mich hier reinstelle. Boah. Komm ich überhaupt an ihn noch ran? Ähm. Ähm. Au. Ähm. Das geht so schnell zu, das Ding hier. Ja, das bringt mir jetzt gerade gar nichts. Dann. Hallo? Äh. Äh. Schreck mich doch nicht so, Mann. Da, Mann. Darf ich? Ah. Ah, ha, ha, nein. Nein, nicht schon wieder. Ja, du kannst das so gut. Das Blöde ist, dass das da oben so schnell weggeht. Ich kann ja gar nicht so schnell Select drücken. Jetzt. Oh. Ein alter Trick. Friss das. Hier, noch ein. Kabuti. So. Hoi. Wir haben es geschafft. Ähm. Was passiert hier gerade? Oh, ist die Tür. Ähm. Freunde, habe ich was kaputt gemacht? Ach du Scheiße. Was stand da? All Boss? Complete All Boss? Ich denke schon. Ja genau, sonst fähren die Türen nicht auf, ne? Hä? Ich will raus. Ach so. Ach nö, Zeit. Ich mag das nicht. Nicht auf Zeit. Zeit ist doof. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich muss zu meinem Schiff. Weg, ich muss zu meinem Schiff. Geh weg. Ich muss zu meinem Schiff. Ich weiß nicht mal, wo ich da hin muss. Äh. Äh. Hier lang? Äh. Tschüss. Ganz wichtigen Arztbesuch. Ach. Ähm. Ja, äh. 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 Die Musik, man. Macht mich völlig krank. Äh. 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 Jetzt werde ich da unten gerne mal langgekommen, ne? Ah. Äh. Äh. Leck mich doch mal, Schirr, nee. Auf, da. So. Kommen die ganzen Jungs auf einmal her? Warte, wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Da hinten. Äh. Soll ich jetzt speichern? Ich trau mich nicht zu speichern. Aber muss ich das nochmal machen? Äh. Ich muss nach oben, glaube ich. Ich muss irgendwie nach oben. Komme ich da Bock durch? Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Komm. Shit. Ich speichere jetzt. Komm ich denn jetzt hier irgendwie mal lang? Ne, ne? Das war die Abkürzung zum Schiff. Verdammt. Hallo? Ich komme nirgendwo durch hier. Äh. Ich komme mir noch nicht lang. Nein. Ich will nicht drauf gehen. Wo ist denn hier noch einer? Mann. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Hä? Das bringt ja überhaupt nichts. Warum habe ich eigentlich gerade gespeichert, wenn ich hier eh nicht weiterkomme? Verdammt. Ich bin in der Falle. Äh. Da komme ich weiter. Ja, natürlich. Energie brauche ich nicht. Tschüss. Ich kann das eh nochmal machen. Mhm. Ich hoffe, die Zeit ist nicht zu eng gemessen. Ach. Ach, das ist aber lieb, mir die Tür zu sperren. Tschüss. Tschüss. Nochmal tschüss. Ach, da komme ich nicht durch. Okay, okay. Karte. Ich muss nach oben. Nein, nach links, Mann. Rennen so schnell ich kann. Ähm. Hä. Ja. Ich habe es bestimmt gleich. Oh. Geschafft. Ich mag das nicht auf Zeitlauben. Ich könnte mich einfach in Ruhe lassen. Ich will mal ein bisschen spielen. So. Ich ziehe irgendwie nach unten durch. Okay. Nee, ich wollte gerade auf Speichern drücken. Das habe ich mir doch geklemmt. Ähm. Muss ich da wirklich jetzt den ganz großen Bogen nochmal... Wollte mich doch verarschen. Wollte mich doch ganz fett verarschen. Wie komme ich hier runter? Verdammt. Äh. 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 Lauf, Forest. Lauf, Forest. Scheine nicht sogar richtig zu sein. Äh. Jetzt sag mal nicht, die muss ich alle umbringen. Das wäre jetzt echt gemein. Nein, muss ich nicht. Tschüss. Ups. Ach, shit. Hier oben. Irgendwas war hier oben los. Äh. Nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Jetzt komme ich nicht mal hoch. Nicht nervös werden. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Ich bin ja sicher. Kann ich nochmal auf die Karte gucken? Oh, oh. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben und nach rechts. Püße. Was ist das hier? Wieso geht das nicht auf? Mach weg den Lachs. Wie komme ich da rein? Ganz große Kacka, Baby. Ganz große Kacka. Wie komme ich jetzt hier rein? Baby. Ich muss doch zum Schiff, oder nicht? Mach mich doch nicht unglücklich jetzt. Ich kann doch jetzt nicht speichern. Ah. Gott. Oh mein Gott. Ja, ging mal gerade der Drops. Äh, losfliegen bitte. Wo sind meine Berührungstabletten? Ceres? Cebis? Nein. Wo bin ich denn eigentlich? Samos? Oh, vielleicht ein bisschen knapp. Wir haben ja jede Menge vergessen. The operation was completely... 12 stunden 42 minuten ein guter heck muss man so auf den punkt gleich am anfang zu bringen wer das original spiel kennt wer sie vermischen kennt dem wird das hier vielleicht schwerer gefallen sein auf jeden fall ich habe ja kommentare bekommen dass das schon etwas anderes war als jetzt der original titel wenn ich es mit dem original von super metroid vergleiche nicht etwa von zero mission sondern für super metroid finde ich ist man auch sehr anspruchsvoll gewesen aber sehr gut gelöst sehr gute umgebung gewesen die gegenden waren an sich nicht allzu schwer zu erreichen es gab schon das eine andere trick reiche und ich habe mich gewundert warum überall diese geschwindigkeits dinge waren die man aus bestand gar nicht hätte ja kaputt machen können wenn es irgendetwas trick gäbe oder teilweise auch den den mockball oder wieder hieß die man speed nehmen muss und dann im nächsten bild zum ducken zum ball rollen speed hat jedenfalls ging das nicht immer ich habe mich dann manchmal ein bisschen gestillt gebe ich gerne zu und alles in allem trotzdem sehr gelungener hack also respekt fand ich jetzt besser als hier sind andere noch golden dawn wohl noch nicht zu schwer aber ist vergleichbar mit hyper metroid oder anderen schönen hacks vielleicht habt ihr noch einen auf der pfanne ich bin an sich erst mal durch mit dem mit schreit heck obwohl ich da jetzt noch einen anderen energietank hätte nehmen können wahrscheinlich hätte ich noch mal nach ridley oder north herunter müssen da gab es noch einige stellen die ich noch nicht gelöst hatte da wollte ich jetzt eigentlich noch hin im zuge dessen aber gut dann eben nicht vielleicht komme ich demnächst noch mal hin die quesit nicht die quesit nicht abwarten ja bin ich froh dass ich es geschafft habe ehrlich gesagt ich würde sagen ich mache dann beim nächsten mal mach ich noch ein metro attack ich weiß noch nicht ich brauche erstmal glaube ich wieder eine metroid pause ich habe das ja so alle alle sechs bis zehn monaten gern mal ein spielchen davon so bei nintendo schon ein geiles system gewesen ich würde es wieder spielen auf jeden fall das hier auch weil allein schon weil ich nicht alles gefunden habe also es gibt noch jede menge zu entdecken mich hat nur ein bisschen gewundert dass die gravity suit den space jump und den screw attack zusammen bekommen habe aber mir wurde gesagt das ist wohl so üblich in sie vermischen gewesen contento und den dank dafür ja die flamme dann eigentlich geschafft bestimmt nur 60 prozent oder 70 wenn überhaupt wir werden es gleich sehen ich hoffe wenigstens über die hälfte 1994 nintendo ja ist so gut gemacht mein freund nehm ich hätte noch viel mehr rausholen können aber für zwölf stunden ist das schon okay denke ich super zero mission ist geschlagen oder geschafft vielmehr 66 prozent zwei dritte jetzt so schlecht war ich noch nie jetzt bis zum nächsten mal freunde wenn es da ist let's play super metroid mal gucken was wir machen ich sage jetzt mal tschüss bis dahin euer fax